Hier ist eine neue Ausgabe von It's Fresh und heute bin ich nicht allein, sondern ich habe einen Gast im Studio neben mir. Hallo. Ja, das Wesen hier ist ein Das Mirko. Zumindest nennst du dich so auf YouTube. Du bist nämlich ein Let's Player. Ja, unter anderem Let's Player. Ja, jetzt gibt es genügend Leute, die wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben, immer noch nicht wissen, obwohl es ja seit einigen Jahren tatsächlich eine sehr gängige Erscheinung auf YouTube ist. Was ist ein Let's Player? Erklär es kurz. Let's Player ist im Prinzip, ich nehme ein Videospiel auf und während ich aufnehme, spreche ich live meine Stimme mit ein und kommentiere das Geschehen, was ich dort erlebe mit so einem Videospiel. Ja, willkommen Leute zurück zu Let's Play. Jetzt hatte ich gerade einen Frame-Einbruch, das ist ja super toll. Willkommen zu Let's Play VVV. Und dann am Ende lade ich das hoch und dann gibt es Leute, die gucken sich das gerne an. Das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Das heißt, deine Leidenschaft für Videospiele, die lebst du quasi aus und teilst sie mit anderen. Hast du vor deinen Let's Play-Aktionen auf YouTube schon separat wahrscheinlich viel gespielt, auch stundenlang und dann trotzdem mit dir selbst geredet, obwohl dir keiner zugehört hat? Oder wie bist du dazu gekommen? Ja, also das ist eher so, dass man sich dann auch mal beim Videospielen aufregt oder mal so, ah, und ein bisschen mitgeht. So. Ja, und das kommt halt öfter mal davor, man sitzt mit Kollegen da zusammen und schreit sich da gegenseitig an bei Prügelspielen, in denen ich noch nie gut war und da habe ich gerne viel geschrieben natürlich. Es ist schon ein Hobby auch immer noch für dich, ne? Das heißt, du bist 20 Jahre jung, du machst sonst was, wenn du nicht auf YouTube Let's Plays einstellst? Äh, ich, ähm, 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 äh... Überlegst du dir, was du als nächstes spielen kannst? Ja, das, äh, das unter anderem. Äh, ansonsten bereite ich mich gerade mental auf meine Ausbildung vor und, äh, bin abends auch mal gerne, ja, weg mit ein paar Freunden, äh, interessiere mich für Filme und Kunst und, ja. Okay, das heißt, wie viel Zeit investierst du so pro Woche in deine Let's Play-Aktion? Das ist dann ja schon, also wenn man es regelmäßig machen will, muss man sich da auch ein bisschen intensiver mit beschäftigen, ne? Ja, wenn man es regelmäßig macht, dann hängt man da schon mal, äh, für so ein Video, was 15 Minuten geht, muss man bedenken, schneiden, rendern, hochladen, taggen, den ganzen Kram. Ich sag mal, für so ein Video, pro Video braucht man etwa mit allen drum und dran zwei Stunden, bis es fertig hochgeladen ist mit allen drum und dran. Ja, es gibt ja unglaublich viele Let's Player, die einen, äh, mehr, die anderen weniger erfolgreich, ähm, wo ist da bei dir so der Status angelangt? Kannst du da schon richtig Kohle mitverdienen oder sagst du, okay, das, was ich da reinbekomme, das stecke ich auch wieder in die Produktion? Also, ich sag mal so, äh, ich bin jetzt kein Gronkh, ich bin jetzt kein Sarraza, der da mittlerweile locker von lebt, ich sag mal so, es ist ein netter Nebenverdienst und ich denke, würde ich das wieder öfter machen, könnte man da durchaus was draus machen, ähm. Aber es ist Arbeit, ja klar. Es ist vergleichsweise wenig Arbeit, sag ich mal, also wenn man da mal teilweise die Malochen sieht auf dem Bau, das ist natürlich was ganz anderes, ähm, aber ich sag mal, man kann durchaus mit Geld machen, da muss man aber auch erstmal gute Anlaufstellen für finden, man muss erstmal Bekanntheit bekommen, das macht man am besten mit, äh, Crossover-Projekten zum Beispiel, indem man sich an größere wendet und mit denen zusammen was macht. Aber, ähm, ja, das ist mittlerweile recht schwer, gerade weil es so viele gibt, weil das so einen Hype hatte. Ja klar, aber ich meine, du bist ja jetzt mit drei, vier Jahren quasi schon echt ein Urgestein, äh, es gibt ja wirklich nicht so viele Let's Player, die schon so lange dabei sind. Ähm, was zockst du denn gerne so für Spiele? Sind eigentlich alle Genres bei dir angesagt oder hast du ein paar Favoriten, die immer wiederkehren? Äh, ja, natürlich habe ich ein paar Favoriten, ähm, ganz groß gefragt sind bei mir ja, ähm, die Horrorspiele, also Survival Games und so ein Tram. Ja, da bin ich ganz, ganz schlecht, sondern ich scheiße mir in der Buchse vor Angst, ich kann keine Horrorspiele spielen. Dann wäre ja im Prinzip so ein bisschen Slender genau das Richtige. Oh, nee, Slender, auf keinen Fall. Äh, ja, und dann, da haben wir ja schon so ein Gerät stehen, ähm, hier Retro-Spiele aller Art, das heißt, auf den alten Konsolen spiele ich sehr viel, die alten Klassiker. Boah, Alter, jetzt ist aber echt lange, zacken, du Huster! Mein Gott, ist das Spiel hart. Also, wie gesagt, Retro und mit Survival Games kann man mich kriegen, womit man mich nicht kriegen kann, weil ich da eine absolute Vollnull ist, sind, wie gesagt, Prügelspiele und Shooter. Das ist doch eine super Idee, dann spielen wir auch gleich mal ein Prügelspiel und, äh, gucken dann mal, wer die Nase vorne hat. Ja, Street Fighter 2 ist das Spiel der Wahl und, äh, das soll keine dumme Entschuldigung sein, aber ich sag schon mal vorweg, dieser Controller ist ein bisschen kaputt, abgesehen davon, dass die Buttons unendlich abgenudelt sind, aber auf dem Steuerkreuz kann ich nicht wirklich nach links gehen, das wird sich gleich bemerkbar machen. Vor allen Dingen, weil du auch noch rechts bist und nach links gehen musst. Genau, aber generös wie ich bin, gebe ich doch nicht dem Gast das kaputte Gamepad, also nehme ich das und, äh, ja, wir sind beide, das muss man dazu sagen, wirklich nicht die Street Fighter Cracks, da gibt's tausend Leute, die es besser können als wir. Das ist kein Let's Play, das ist ein Let's Fail jetzt. Äh, ja, aber lasst uns trotzdem mal loslegen, ähm, Street Fighter ist ja auch nach wie vor unglaublich angesagt, also es gibt ja nach wie vor keine Beat'em-up-Serie, die so erfolgreich ist, auch Tekken hat da lang nicht so die Macht. Was denn? Ja! Von Null auf Hunder. War ja die erste Runde, ja. Wann bist du das letzte Mal von einem Mädchen verprügelt worden? Äh, äh, das dürfte, glaub ich, letzte Woche gewesen sein. Ja. Ja, Mirko, es soll für den Moment genug sein, ich glaub, die Zuschauer haben alle gesehen, was ich für Monster-Skills hab und du nicht. Worauf freust du dich in nächster Zukunft am meisten? Ähm, äh, ich freue mich, ehrlich gesagt, also wenn's jetzt um Konsolen geht, bin ich enttäuscht schon der Xbox One im Endeffekt. Echt? Ja, weil von dem, was ich jetzt höre, ähm, Fernsehen gucken auf einer Konsole, also es ist klar, es ist keine Konsole mehr, es ist ja so ein Media-Center mittlerweile. Ähm, also Konsolen-mäßig bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht begeistert. Okay. Da bleib ich lieber bei einem guten PC. Ja. Weiterhin. Ähm, ansonsten freue ich mich spieltechnisch auf Last of Us, freue mich sehr drauf. Und das neue Amnesia, da bin ich gespannt, wie's wird. Und es ist ein Among the Sleep, ist angekündigt, ist auch ein Horrorspiel, in dem du so ein kleines Kind spielst, was durch ein dunkles Haus, äh, krabbelt quasi und dort, äh, auch ein fahrernormales Zeug passiert, das wird richtig cool. Ah ja, klingt total super. Aber, äh. Für dich auch wieder ein wunderschönes Spiel. Ja. Das macht einen 25-Stunden-Marathon, ne? Äh, genau. Das werde ich sicher nicht spielen, aber, ähm, wenn ihr sehen wollt, wie Mirko das spielt, dann könnt ihr natürlich, äh, mal einen Blick auf seinen Channel werfen, dass Mirko, ähm, mit lauter Let's Plays Grusel spielen und ausrastern inklusive. Danke, dass du da warst. Herzlichen Dank und, äh, ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe von It's Fresh. Tschüss. Tschüss.